Hallo Leute, und ich hab vergessen die Musik anzumachen, aber Phipps wollte mir irgendwas zeigen. Und wir sind zurück beim ETA. Wir sind zurück beim ETA. Wot, wot, wot wandert? Ich hab diese Steine vom Kale. Ich hab diese Steine. Ich muss grad mal kurz, äh... Musik anmachen. Musik. Musik starten. Hab ich jetzt völlig vergessen? So. Ja, das passiert, wenn man eigentlich, äh, Sea of Flames aufnehmen will, aber halt... Da hab ich auch Musik an. Ja, das ist relevant. Nein! Was? Was stand da gerade? No Game Recurve PvP is available. Ja! Das war wohl nichts, wa? Philipp? Ja, ich musste mich grad kurz bitten. Achso. Ja. Äh... Unser Feld ist gewachsen, das heißt, das mit dem Ding hat funktioniert. Wie denn? Was mach ich denn jetzt schönes? Brote! Hier in den Cave. Kann man da alleine rein? Pfff... Du kannst, ja, also, fragst dich halt, ob's dich lohnt. Also, ich würde schon mitkommen, aber... Ich muss halt erstmal ein paar Brote machen, ja? Brote für die Welt. Warum? Wir haben Orangen am... Orangen sättigen, aber nicht annähernd das, was Brote tun. Wein halb, Brote und Orangen zwei. Was für ein Unterschied. Ja. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Du bist der Held des Tages. Du bist der... Warte, ich kröne dich. Moment. Ich bin jetzt grad nicht angepisst wegen Black Ops überhaupt nicht. Wo bist du? Ich kröne dich. Weck mich, Alter. Mit einem Ei. Nein, es wird sicher zwei. Was ist bei dir schiefgelaufen? Ganz ehrlich. Ich weiß es selbst nicht. Was ist bei dir nur schiefgelaufen, Alter? So, und das kommt da... Ich pflanze hier Weizen nach, ja? Mit Ziez. Das machst du schön. Muss ich echt sagen. Mit Ziez, Alter. Mit Ziez. Das machst du echt schön. So. Weizen muss sein. Hast du ja noch nie Weizen gesehen? Oh, das ist geil, das Paket. Nee. Ich hab nur Gras gesehen. Gras. Beil dich, es wird schon wieder... Ich, weil mich doch... Geh halt schlafen. Nein. Nein, ich bin Phile. Ja. Was dagegen? Wer soll ich denn sonst sein? Keine Ahnung. Peter... Lustig. Schinkowski? Keine Ahnung, wo das ist. Ja, ich auch nicht. Was funktioniert, Alter, ich will auch nicht. Hast du noch normale Fuckin? Spaß die. Nein, hier ist es aber noch Weizen. Hier. Das ist nicht mein Weizen. Ne. Ne, ist nicht dein Weizen. Das ist nicht mein Weizen. So. Ich hab 48 Brote. So, was ist da los? Ja? Hast du das verstanden? Ja? 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 Die zählen ja als Leuchtwelle. Äh, als... Oh. Ja, du hast Spaß in mir. Genau. Jetzt muss ich grad mal ne Kiste aufstehen. Nur wegen dir. Alles wegen dir. Genau, weil ich dein Inventar so belagere. Belagere. Kiste! Voll knapp. Glaub mal ne Schiff. Taste von der... Neun Taste Tuch funktioniert irgendwie nicht. Jetzt schon kaputt. Ich hab da gesagt, die ist zu billig. Hehehe. Nein, das ist nicht. Man muss... Man muss nicht immer das Teure kaufen, Alter. Den teuren Shit. Hier ist dein Gold Nugget. Hier ist dein Holz. Alter, ich will den Scheiß nicht. Nein, du hast ihn da nur liegen gelassen. Das heißt so lange nicht, dass ich ihn will. Das heißt doch genau das Gegenteil eigentlich, wenn ich irgendwo was liegen lasse, das ich nicht will. Nein! Doch, du bist faul. Sieh sein. Alter. Jetzt kommen wir mal nicht so, ja? Äh, Fleisch. Alter. Ich ramm dir den Gold Nugget gleich. Ja, in die Nase. Ja. Genau das. In die Nase. Oh ja. Wir haben hier noch einen Bogen mit Power 1. Was haben wir für einen Bogen? Power 1. Jungle World. Weile. Jungle World. Weile. Weile. Jungle World. Weile. Ähm. Zwei Stück. Toll. Lohnt sich. Jungle World. Jetzt lass uns anfangen, bevor die Dinge jetzt wieder zu Ende sind. Ich muss noch den einen Kürbis kraften. Alter. Bitte lieber Gott, lass mich hier runterfallen. Haben wir noch Glas? Nein. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Ich stehe jetzt den Kürbis auf und dann geht das hier los, Alter. Ich gehe schon mal vor. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Aber du könntest mich ja eigentlich dann inviten, wenn du da bist. Dann müsste ich nicht extra laufen. Was ist damit denn? Hä? Du kommst gleich erstmal in die Kürbis. Was hast du denn hier hingebaut? Bist du eigentlich völlig behindert im Kopf? Ähm. Party. Create. Äh. Free. Ich hab dich was gefragt. Aber das ist. Mark. Deine. Ich hab noch nicht mal mein Inventar leer. Oh, egal. Du bist schon da? Ja. Ich bin schon da. Aber doch bei einem anderen Dungeon, oder? Ja. Alter. Ganz ehrlich. Das ist jetzt erst für die Dings. Äh. Für die Einladung. Äh. Für die Gruppe. So. Dann kann ich nämlich hier noch, ähm. Gucken, wie die Gruppe heißt. Auch wenn man das überhaupt nicht wegen dem Tech-Jetwork lesen kann. Also ich kann es lese. Und man lese ja schon. Free Illpay mag keine Blumen. Das kommt, weil ich dir das gerade vorgesagt habe. Nein, das steht doch. Ja, ja. Aber Blumen hätte ich noch großschrei gesagt. Oh. Grammatisches Genie. Wie wir hier einfach mal Kisten haben, wo einfach überall nur Giz drin ist, Alter. Mann. Du hast mich erst auf Giz gesagt. Kotzt mich an. Kotzt mich an. Das ist das Grab, Alter. Tschüss. Das hört sich so perfekt. Ah. Da wäre es mal. Deine. Hm. Weiß kein bisschen, wo der Dungeon ist. Hm. So würde ich das auch ausdrücken. Dann hättest du mal geschlafen, weißt du. Ich gehe jetzt nochmal runter und schlaf. Nein, ich bin doch gleich da. Nee, eben nicht. Doch. Ich halte mal was essen. Jetzt wartest du. Ich mache jetzt Tag. Jetzt schubst mich hier eine Wolke aus dem Portal raus. Hallo, blaue Wolke. Wie geht's dir? So. Unten. Schlafen. Essen. Trinken. Jetzt wollte ich was sagen, aber das darf ich nicht. Hat sich der Vogel selbst vergiftet? Das kann gut passieren. W, 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 w. W, 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 w. W, 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 w. Oh, hier sind Orangenbäume. Was willst du denn mit dem Giz? Besser als dein Brot, Alter. Orangen sind vitaminreich. Und Brot ist? Ja. Ekelhaft. In Wurst sind Vitamine drin. In Leberwurst. In Schinkenwurst. Und wo legst du Wurst drauf, ha? Legst du das etwa auf Mandarinen? Orangen? Nee, auf Orangen. Bist du jetzt wieder oben? Ja. Ich habe keine Einladung von dir. Genau. Drei. Zwei. Eins. Moment. Warum kann ich das... Oh! Hä? Weißt du? Ich kann das nicht mit Rechtsblick anklicken. Ja, dann bin ich vielleicht zu... Bin ich zu weit weg? Nee. Ja, du bist zu weit weg. Mach mal TP. Yolo, Yolo. Hundertprozentig. Ne, immer noch nicht. Kannst du da drauf rechtsklicken? Nö. Und wird damit schon fertig? Ich glaube, das könnte sein, dass der einfach mal geschlossen ist. Ich schließe den gleich auch mal. Ich schließe dir gleich eine, Alter. Was ist da los? Du kannst das nicht abbauen. Ich weiß. Aber ich kann da auch nicht Rechtsklick drauf machen. Bau das jetzt ab. Ah. Ja, der ist geschlossen. Nächster Versuch. Ficken. Dahinter ist doch noch gleich einer, oder? Es ist der gleiche. Das wird der gleiche sein. Nein, das ist nicht der gleiche. Da sind X drauf, Alter. Das ist kein Wunder, dass der geschlossen ist. Mach doch mal deine Augen auf. Echt? Das heißt geschlossen? Ja, wahrscheinlich. Wenn ich gleich einen finde und da X drauf sind, der nicht geschlossen ist, dann hagelt es aber... Ich wette, Alter, dass X das heißt. Weil wir da einmal verkackt haben, aber richtig verkackt haben. Ein Frierschein. Nein. Ich habe die Münze. Ich habe die Münze. Ich habe die Münze. Und ich habe... Ach je. Wee. Wee. Wo bist du? Wee. Hey, da unten ist ja noch einer. Da steht Available drauf. Hier. Yay. Und da sind X drauf, aber okay. Da steht wenigstens Available. Jetzt steht Occupied drüber. Occupied Bewegung. So, warte mal. Oh. Leck mir doch die Eier erschrecken. Du schreckst dich da wirklich jedes Mal, ne? Ja. So, erstmal auf breit stellen. Erstmal auf breit. Attacke. Attacke, boom. Attacke, Lilifee. Was? Was? Du die anderen. Dahinter dir. Hinter dir. Aua. Du bist der schlauste Mensch, Derek. Ja, ich... Ah, eine Kiste. Sie lebt. Sie lebt. Meins, 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 meins. Meins, meins. Ich hab... So kann ich das nicht aufheben? Ich konnte das auch nicht nehmen. Aber nur mit Shift-Click nicht. So, jetzt hab ich eine volle Rüstung. Oh, nett. Hier ist noch was. Wo geht's denn hier weiter? Keine Ahnung. Ach, da hinten. Ich hab Facken. Oh, ich hab jetzt auch ein Cape. Ah! Was ist das denn? Oh, ich hab noch ein Cape. Dort. Die Facken nehm ich mit. Wieso kann ich das denn nicht mit Shift-Click hier rausnehmen? Ach, die Facken war gar nicht so existent. Meins. Hey! Golden Gummy Sweat. Ein Moor-Ei. Wie geil ist das denn? Dann können wir uns ein Moor züchten. Boah, ey. Boah, ey. Guck mich an, guck mich an. Ich hab auch eins. Guck mich an. Guck dir besser aus. Leck mich. So. Oh, ein Moor. Ein Moor! Attacke! Okay, die Kiste kann ich ja nicht raus. Mach erst mal die Kiste kalt, Alter. Na, ich mach den Spawner kaputt. Aua! Wow! Zwei Herzen. Oh Gott. Ich hab nicht die Kiste geblendert. Ich geb mir halt die Facke hin, Alter. Wieso kann ich denn die Facke hin nicht? Was war das, Alter? Loil. 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 Wo geht's denn hier weiter? Hier runter? Ja, lass hier runter. Das war ja ziemlich hoch, Mann. Das hat so ein bisschen gequietscht. Oh, es zieht mich in sein Band. Und es hat mein Aether geschlossen. Alter. Einfach mal abgekackt. Da! Da! Aether 2! Oh, boi. Schön, dass ein Broadcaster da nicht abkackt. Hey! Jetzt seht ihr gleich die Aufnahme wieder. Äh, ganz klar mit. So, jetzt. Jetzt könnt ihr mir auf die... Ah, komm her, du. Ah, komm her, du. Ah, ja. Oh, ja. Oh, jo. Was ist das? Oh, jo. So, da muss ich ja gleich jetzt mal wieder raus. Da sieht man den Aether in. Nee, nee, nee. Nee, mein Freund. Nee, du musst nicht wieder raus. Echt? Glaube ich. Muss noch nicht mal. Warte, ich kann hier auf den Dings klicken und dann Enter drücken. Ach, nee, warte mal, schick mir mal eine Einladung nochmal. Oh, Mann. Social Realist. Nein, warte, ich kann der Party joinen. Join X is the Party? Okay. Ja. Und jetzt rein, na. Ah, ah, wo ist er? Ja. Der Aether hat sich wieder geschlossen. Nein, sag jetzt nicht, der Dungeon verursacht, weil ihr packst. Na, das war ja schon einmal so, aber dann ging er auf einmal wieder und dann sind wir irgendwann aus der Welt gefallen. Komm her. Boah, das, mir ist so schwindelig. Mir ist so schwindelig. Naja, egal. Machen wir alles live. Alleine in den Dungeon machen. Ja, pff. Ich glaube, der kann es ja, wird schon nicht verlieren. Nein, wird er nicht. Wird er nicht. Wird er nicht. Nein, wird er nicht. Hm, sowieso 13 Minuten. Ich probiere es jetzt noch einmal und wenn nicht, dann nicht. Das ist eine Ansage. Eine konstruktive. Och, warum wird das auf einmal so hell hier? So, build funktioniert, so. Social, body, join. Social? Social, es ist, äh. Send, send mir mal eine Anfrage. Eine Anfrage. Geh doch einfach rein. Kann ich ja nicht, du musst meine Anfrage senden. Kann ich nicht. Party, manage-party. Ad-Member geht nicht. ich bin da schon in deiner party drin ja warum kommst du nicht rein wenn du schon drin bist warum kommst du nicht rein ich bin jetzt drin und jetzt kann ich lief would you like to attempt the sliders with your party is so ask your leader to start a dungeon queue at the store du musst raus ich hab doch gesagt ich muss raus dann komm halt raus 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 da ach mein etha ist schon wieder zu vergiss es einfach aber obwohl jetzt jetzt war ich noch nicht mal im etha drin okay whatever wir probieren das in der nächsten folge noch mal ein bisschen rum und ja dann könnte es eventuell wieder funktionieren schauen wir mal wir sehen uns beim nächsten mal wieder wir nehmen jetzt noch sea of flames auf ein bisschen interessiert bis zum nächsten mal ja